Herzlich Willkommen zu FIFA 22 Karriere Esker Sturm Graz das Ried Doppel jetzt im Cup und dann in der Meisterschaft es wird wieder mal eine XXL Folge die packen wir gleich in 1 ja es ist das Halbfinale und es geht den Einzug ins Finale des Cups den wir lieben das ist unser Turnier hier gegen Hartberg ein knappen Sieg im letzten Spiel gut gespielt gut gespielt Schuss abgefälscht na flottes Spiel die Spieler sind wieder Halbwegs fit Verletzung hoffentlich nichts flimmes kaum ja merk das 7 handel alter was für eine parade es ist echt brutal wie das 7 handel starke parade wieder abgefangen uhr alter verwalter das wird heute auch noch ein schweres spiel man bedenkt man hat gegen riet die meisterschaft das erste spiel haus hoch gewonnen jetzt da komm an die stange sache in radlinger was für eine chance jetzt und noch einmal da kommt die kamera nicht mehr mit und ja er hatte noch er hatte noch die flanke kommt gut hierländer nächste chance für sturm graz gute chance der kopffahrt macht geschickt und schiri pfeift ab 0 zu 0 ja flotte partie wieder hier die chancen sind da nur die tore fehlen ihr fragt euch sicherlich warum jan schon nicht da ist ist müde und auch verletzt sie wollen ja schonen für die meisterschaft jetzt da da ist es nein ist sache in radlinger macht sich hier lang kannst hier mit dem tactical defending einfach nichts ausrichten und nächste chance weil es so schlecht gemacht ist das beste tactical defending ok was ist hier passiert da steht 1 zu 0 für it ok 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 was war hier ja genau mein so dauert umso schlechter werden wir haben jetzt der holiday ja mal da ist das gibt es ja nicht was ist ein laus das kann es nicht sein na hat er ihn jetzt echt verschossen und der ball ist weg das ist der wahnsinn der hält nur einen Fuß dazwischen ja komm hol ihn da ist es macht keinen spaß wenn sie in jedem spiel ums tor kämpfen muss egal welche einstellungen das du vornimmst taktik mäßig es wohl einfach nicht war wieder naja eggball bist du teppert 88 spiel minute komm es muss ja was die chancen waren schon so oft da geht nichts es will nicht passieren und da ist das 2 zu 0 und das war's wir sind ausgeschieden gegen ried im cup ja das spiel darfst du eigentlich nicht verlieren du hast die chancen so viele chancen und du machst sie einfach nicht und dann kommen die rieder und machen 2 ihrer chancen rein das ist einfach so spiel nummer 2 im verregneten oberösterreich in der keine sorgen arena gegen ried los geht's vielleicht läuft es ja heute besser oder heute im jetzigen spiel möchte ich sagen besser und jantzsch und da steht es 1 zu 0 so schnell kann es gehen Junge ja auch jantzscher hat gefehlt gegen ried im cup man merkt es aber je boah fehlt aber der kauf war nötig der verkauf war nötig 1 zu 0 frühführung der tore schießen das geht dann einfach nicht so und so wahnsinn 1 zu 1 es ist bislang die schlechteste fifa saison seit ich fifa spiele so viele gegentore so viele niederlagen so jantzscher und oh kein abseits aber ein flottes spiel hin und her nicht geboten oh da da war ich nicht mehr in der Nähe und der bohr ist weg jetzt da komm ja es kann er stellt sie einfach nur vorne hin ich kann mich nicht vorne hin stellen ich tu zu viel jammen merke grad und steht bis du alter verwalter was ist los chubby du bekommst gleich noch einen eingeschränkt na geh das war einfach schlecht verteidigt bist du teppert bist du teppert die position vom spieler sehr schlecht einschätzen na geh wie lang das dauert wie schnell dass sie da sind bist du narrisch ich meine die verteidiger sind einfach so langsam das sind so langsam das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht alter da steht ein riesen goalie 3 komm jetzt da jan ja ja die stange das kann sie nicht sein kollege gehen wir nicht am kex äh nicht einmal dass ihr das registriert oder was gar nichts gar nichts jetzt komm jawoll 3 2 jan janschau doppelpack ja 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 komm auf und davon schon wieder an die stangen das gibts ja nicht du spinnst ja ja verdammt wie nur nicht oder noch nicht natürlich bleiben die rieder dran ja ja das war so klar du kannst einfach nix machen da komm jetzt da das gibts ja nicht komm jetzt da ja das gibts ja nicht das kanns ja nicht sein das na ja das war's wir verliehen verlieren beide spiele gegen ried so viele niederlagen im grund durchgang hatte ich noch nie egal mit welchem verein ob es jetzt dortmund ist hartberg oder stumm graz mit keinem verein hatte ich in dieser zeit so viele niederlagen ja das war's vom grund durchgang das war's von dieser xxl folge das ried doppel cup und meisterschaft leider beide spiele verloren es hat gut begonnen schnell gestartet aber momentan ist der luft ist die luft und der siegeswille ist irgendwie draußen bei stumm graz aber vielleicht ändert sich das ganze im der meister gruppe ich hoffe ihr schaltet wieder ein lasst einen daumen nach oben da ein abon nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten mal danke fürs zusehen lashi her her ihre c die war sal 09 j j j j j